einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einer neuen gameplay review und diesmal one piece pirate warrior 3 wir werden das auch gleich mal starten so das ist jetzt natürlich nicht so ein one piece wie ich es letztens vorgestellt hatte wo man halt so rumgeht und sich aufwerten ja hier ist auch mit aufwerten aber das ist eher so im dynasty warrior stil gehalten werdet ihr auch gleich sehen möchte ich habe noch keinen speicherstand noch kein gar nichts weil ich hab's noch nicht gespielt so bandai namco entertainment die grafik sieht schon mal gut aus gefällt mir schon mal so 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 Cool. 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 Das sieht doch ja auch nicht mal so schlecht aus. Oh, Flamingo. Cool. Coole Sache. So. Was haben wir denn? Wir haben... Legenden-Log. Das ist noch... Ah. Ruffi-Log ist noch nicht da. Turm-Log. Online. Option. wir gehen erst mal auf option daten und spieleinstellungen untertitel machen wir an ist alles an schwierigkeit grad einfach ist immer gut psn verbinden so steuerkammer lautstärke hintergrundmusik mache ich erst mal auf die effekte und stimmen lassen wir schön laut die wollen wir ja vernünftig hören lautstärke im film können wir auch hier ein paar runter effekte machen wir so kann man das so hoppala Einstellungen wurden nicht übernommen, nein. So. Jetzt hat er übernommen, okay. So, Legend-Log, fang einfach mal an. Oh, da kenn ich aber auch viele. Von hinten waren die Piraten fangen. Das war die Welt, Gold-Log. Das war's für heute. Oh, ja, 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 ja. In den Videosequenzen sieht es schon mal alles sehr toll aus. Der rote Schenks. Der Rote Schenks. Dann fange ich jetzt wieder von vorne an. Oh, das ist ja. doch fängt wieder an mit Zorro, wo die Fangen genommen ich bin, dass ich noch nicht so oft schocken, sondern ich bin ein Schwerter wenn ich dich nicht schocken, dann bin ich hier ein paar Monate lang wenn ich mich hier nicht so lange bin, dann bin ich mich nicht so ich bin, dass ich mich zu tun Das bildet sich geil aus. Das ist wirklich komplett. holen ok das ist doch ich habe jetzt gedacht ihr geht schon in einer neuen welt los oder irgendwie so ne fängt doch von von ganz ganz vorne an sauber fliegt bedingung sieg niederlage ok bereite dich auf den kampf vor körpernöscht ok hier haben wir schon mal eine truhe Oh, die Grafik sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als auf der PS4. Da haben sie ordentlich was dran gedreht. Ah, okay, okay, super. Oh, da rennt er auch schnell. Oh, hier ist eine Küste. Ja, dann holen wir erstmal hier hin. Ja, dann holen wir mal. Ja, dann holen wir mal. Ja, dann holen wir mal. da kommen wir hier ist einer futter die alle alle den vorher noch wartet mal ich muss mal kurzen cut machen so schuldigung für die unterbrechung das war meine mamie ja 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 Ich bin fünf hat K.O. Ich bin fünf hat K.O. habe ich cool. Ich bin fünf hat K.O. Ich bin fünf hat K.O. Ich bin fünf hat K.O. Ich bin fünf. Ich bin fünf hat K.O. 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 K.O. Ich bin fünf hat K.O. Ich bin fünf hat K.O. 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 Oh. Moment.